Mit viel Leidenschaft führen Teresa und Till die Wohnlust in Fulda mit einem ausgewählten Sortiment an Möbeln und Einrichtungsaccessoires. Ob Massivholztisch mit passenden Stühlen, Lampen, Leinentextilien oder Keramikserien. Die Wohnlust steht für Natürlichkeit, zeitloses Design und einen Hauch Skandinavien. Der Laden ist mit viel Liebe eingerichtet und gestylt. Mode, Schmuck und ausgefallene Geschenke gehören auch zum Sortiment. Wohnlust steht für das Lebensgefühl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017